ja drei scheiße wir kommen zurück zur heutigen Folge gibt es zu mir wo meine Sache zurück das ist so wie es so wie er darf sind drei Skeletze in unsere Falle die ich gebaut habe die ganzen Falle er hat die Gönnen Aluminium so hat es A Kieler Städtel zu bettet so weit die vier mehr bleiben Fisch es ist die Falle noch tiefer bauten ich habe viele Lechte und Warte jeder Weg heilige Scheiße es wird jetzt noch totaler Fokus Scheiße nein nein jetzt rennen die Scheiße jetzt rennen die alle in unsere Bude rein klöte ich mach das schnell Scheiße Scheiße Alter was ist hier was ist hier los was ist hier los was ist hier los als wäre es kaputt Scheiße 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 ich verreckt gleich die Stilett übernimmt die Macht älter ach du Scheiße es ist ja noch mehr Scheiße ich bin gleich tot bis jetzt nicht was ich gekillt nein nein ich bin nein warte da liegen alle meine Sachen ich hab alle deine Sachen warte ich kille nochmal eben Alter wie viele war das genau an uns Alter um eins zu killen ich brauche ich 20 Schläge da da sind ja noch mehr danke ich hab Bogen ja ich auch warte ich mach dir jetzt mal die ganzen Sachen was dass die Wesen zugemacht jetzt die Falle nein warte das ist das mach mal oben kurz ein Loch rein oder Sporner schon wieder welche ja 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 ach ja 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 ferschen nicht unten aufmachen nicht unten auf auf gar keinen Fall und auf dem Zeitpunkt heute war eben schwer ja ich mag ja ich habe ich gehört was ich das meine Sachen hier das ist das was die Zauberfahrt ja ach das ist ein bisschen gegenwärtig ab und hier ist man zu dem Schiff dreißig ist ein Stück okay warte und kurz ich bin recht gut nur die ich hab da ich mir zehn HP dadurch ich werde ich hatten geschossen zu früh gefreut zehn HP und ein halbes Herz Alter ich hab da bestimmt zehn zwanzig Leute getötet ich hab ein halbes Seck Pfeile bekommen gerade What the fuck Angriff der Killerfiecher ernsthaft echt was ist das hier für eine kranke Scheiße Guck mal wie viele Pfeile hier noch drin stecken oder mir guck ich mal an Oh mein Gott, wie seh ich aus ne du hast doch nur drei stück drin im Oberschenkel und zwei im Kopf und einer der sitzt ein bisschen unglücklich ja im Auge Alter ich glaub ich mach mal eben die Diffin ein bisschen runter Nein, nein, nein Welch, was hast du überhaupt drinne? Alter, guck mal wie viele da wir sind das Ding ist ja voll bestimmt ein Stück Alter sind OP Zombies wie OP Zombies Guck dir doch mal an wie die spawnen fuck, halbes Herz, warte nichts machen ich bin gleich tot, warte warte ich nichts nehmen ich renne da nochmal hin man sieht doch, dass das OP Zombies sind ich kann die nicht mal schlagen ach du heiliger Scheiße jetzt ernsthaft fickt euch ihr Hacker und ich soll den Timer starten jetzt mach ich das mal alter als wirklich das hatten wir letztes Mal aber auch nicht nicht warte, geh' noch mal hier rein so ey warte geh' runter Mann Scheiße, was los, los, macht zu hab' ich du meinst, bevor die nächsten kommen ach du Scheiße ich seh's das ist unsere Mobfalle das wird wirklich alter aber vor allen Dingen die spawnen ja nur hier in die Falle als wäre das ein Comment-Block das ist mal ernsthaft, oder? äh ähm sollen wir gleich mal Trichter vielleicht uns holen oder warte ähm ich hab' ne Idee komm mal her komm mal nach oben über die Treppe komm mal über die Treppe nach oben scheiße, ähm bleibt das so? warte, dann würde ich sagen mach mal hier die Mobfalle dass man so nein, hier zu hier, äh ich mein hier offen mach nochmal weg den Stein ey, ich hab den grad mit ein Ei bekommen ich hab grad ein Ei abgebaut nein, lass eben was willst du machen? nein ich will doch, dass die da reinfallen nä ich hab' ne bessere Idee wir machen das gleich von oben nochmal zu guck mal dann stehen wir halt hier so und dass man dann die halt von hier schlagen kann so auf die Füße ok, warte so so dass, wenn ok, ist einer des Bonds soll ich mich jetzt verarsch fühlen? mega effiziente Mobfalle ja, alter, die bringt es richtig nur da hinten komm nicht dran und ich will den zweimal zwei machen warte, den, ihr könnt doch noch abbauen hier sind doch noch Steine drunter bau mal ab, ich hab keine Spitz so, guck mal warte, kurz und dann mach mal den Boden warte guck mal, ich hol mal eben die anderen Sachen warte hä, ich hab sie ich hab sie guck mal, wenn man hier unten lang rennt, kriegt man die coole Idee ok äh, warum hast du das oben zugemacht? weil die spawnen eh nur durch das Loch siehst du ach, scheiße was du alles weißt warte ja, ich beobachte Junge ja, gut, dann würde ich sagen geh ich mal eben stell ich mich mal eben hier hinten am Ofen ich hab jetzt gleich einen vollen Bogen aber auch wieder mhm ähm, warte, was wollte ich jetzt gerade wir haben richtig voll ach so, ja, ja, warte mal, warte wir waren uns mal ne Axt, ok ach so, ja, ich hab hier große Droge gemacht jo, cool so, ich bin da mal eben hier hinten und guck mal eben noch, was man machen könnte mit diesen Geschiefments weil ich finde also, dass man mit den Geschichten machen, aber nicht nochmal wir hätten uns vorhin einen Golden Apfel machen können warum? wir hatten noch Gold doch, wir hatten genug Schatz egal ja, können wir jetzt ja machen ich hab Zombies gehört Mobfall ist an ja mein Schwerter ist kaputt, scheiße ok, wir haben wieder Holz und ich hab gleich 10, ich hab schon 10, äh, XP ok, ich hab noch mal ne große Droge gemacht die werden gleich auch brauchen glaube ich alter ich hab schon wieder Hunger so, dann nehm ich mir mal die ganzen Klötze hier ich hatte da meinen Spitzhack vorhin reingetan, ist sie noch da? ja, Eisen, ne? ja, ich nehm mal eben die aus Stein warte, ich nehm die mal eben aus Stein, um das hier zu bauen guck mal, dann kann man sich hier drunter alles stellen dann kriegt man noch die anderen Sachen glaube ich aber jetzt mal im Ernst, sie hatten gerade helllichten Tag wie spawnen die hier? sag mir das mal einer nö ja genau nö wir brauchen Betten auf jeden Fall ja, da bin ich jetzt auch für und vielleicht Difficulty of Peaceful? nein, 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 nein und ich hab Difficulty 1 ja, oh, schön nein, das ist mein volliger Ernst und das ist die gleiche Map, wie wir die gerade hatten den Back hatten wir nicht ja, Tom, das ist doch und das ist das vorhin aber auch passiert einmal, das ist einst genau an der gleichen Koordinate gespawnt kann das sein? ich hab Wasser ja und vor allen Dingen ich hab was ich hab was her W-A-S-S-E-R nein, das ist scheiße, das sind 30 Skilette so ich bin jetzt mit der Konsole sitzen, wenn ich jetzt und die ganze Zeit in den Zusammenbuffel ausführen aber ne, das wird man ja sehen in einem Block warte mal immer weg Herr, wo ist mein Wasser hin? na, das hat nur noch vorhin das Wasser ist da unten hinter der Würde oder können wir nicht aufbauen hier könntest du dich du die Mann vielleicht töten? das ist gleich ich hab schon, also wir haben gleich so viel Knochenmehl ich hab immer weg, äh, Knochen ich hab jetzt mal mal drei das war mal ein Knochenmehl ich hab gleich zwei deutlich einmal an Hunger und einmal an Feihagel warte okay wir hätten backen einfach mal mehrere ineinander ja so, alter ich will da jetzt was machen und zwar dazu brauchen wir zweimal Wasser was wird denn zu uns gespielt werden oder wie die ja und die und die Items auch ja, aber man kann hier doch rundherum einmal rennen noch das ist doch wohl nicht das Problem nein, tu mal, dann setz ich warte ja, aber dann brauchen wir Schilder auch noch alter scheiße, scheiße, ich verrecke ja, ich auch, aber wir kriegen noch keinen Hungerschaden doch, ich schon ich nicht ich hab eben Hungerschaden bekommen das Display? ne, weil ich da stand zeitbar warte ähm, was war das? Morde Monster Hunter ey, guck mal, so viel Monster Hame gehandelt wie viel? guck mal an der Seite Morde so viele Viecher habe ich ermordet und du ist das heftig oder ist das heftig? what the fuck das war 66 Stück und du sollst auch die Saplings hier oben einsammeln bevor die die spawnen soll ich mal eben hier Knochenmehl machen ganz viel? ja, warte ich ich hab schon richtig viel Knochenmehl ok weil ich kann es mal leisten grad kannst du vorstellen, welchen Stack hat? ja, ich leere kurz die beiden Truhen und äh, sortier die ganze Scheiße ähm Alter, so macht das aber auch keinen Spaß irgendwie mir grad ne aber ist auch cool, jetzt haben wir gleich eine voll effiziente Mobfalle und wir können gleich die ersten Brote machen ich lass mal die ersten wo sind unsere Kühe? hör, ich hab noch eine Kugart ha? also, die untere ist hier, die hat mir jetzt zugelegt so auch soll ich lass dich grad ficken ha ha bitte nicht tun Schwerth Humba, 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 Humba Humba Humba, Humba dann hast du es verschwärst die eine Geper, Geper, Geper ja, um da rein und haben die Folgen ist die Treppe unter Eisen er sagt dass es kann eingesammelt danke wir haben die Kinder kommen und warum machen wir haben das erste glaube ich ich hab sie tun das zu holen ja es gibt immer eins und selbst wenn wir haben leicht ich kann Brot machen dann haben kommen wir ans Wasser bis drei Fohre um warum 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 ja die Kommandswasser ja aber ich könnte das aufnehmen doch cool jetzt haben wir hier unten zwar überhaupt ja einfach mal wieder zwei Eisen und drei Eisen vielleicht noch mehr Eisen hier unten gefunden ich mach mal unsere Farben aber alter weiß wie effizient sie ist ich esse jetzt erst mal okay ja wenn ich auch äh zwei drei haben wenn du hochkommst warte ich mach dir welche ich kann ja jetzt mit Knochenmäe ja so was er ich glaube wir müssen nicht mehr die Farmer weißer und von der größten Massen eben noch nächtliche Wasserquellen und das werden wir genug was haben die nein nein wir haben jetzt den Wochener unendlich ich hab fünfzehn Level in einer Folge bekommen um ein Gott Fakt ist selbst heißt das er braucht was noch mehr ich hab glaube ich ja nicht genug und er ist aber ich hab gleich genug weil ich genug Knochen in der Haupt ich hab noch ein Stück ich habe erst als halbe Inventar damit folgen wir haben drei Stacks gab es KDM um ein Tor also wir haben die gleiche ich ich bin L und Jan Haas er hat auch schon Prozent auch immer ihr Mauerung Mauerung Mauer aber als er ist sie effizient gewesen Rats und Kauern es ist bis jetzt nichts gespawnt war das Recht nun back Mauerung ich hab ja von Kampel ich hab ja nur Kampel Block Output Volk was gab es Spinner nein Leiter in Wiener Spinnen wird nein ich meinst du dich getäuscht haben muss ich schon mal dass er gekommen ja genau machen ach so ich hab ja ich hab ja und so ist er ganz zu tun am Ventar bei mir warum äh weil ich doch die Touren äh dich äh den ganzen Leute aber zu dieser ziehen willst ich hab'n Soziermod drin Mauerung Tietzschutz um ich würde sagen Kumpel Mauerung 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 aber jetzt sollten ich jetzt mache ich das nicht mehr wir haben nur noch 59 случ Mauerung Mauerung wir haben noch in der in der einen giving ganzes dest heritage etwas noch hin sie und 40 jahr jetzt noch einmal wie er hälte dass noch in Mähe ja dann Planirämi damit die Tote trinkt aber so was ich vielleicht automatisieren die Altmatik ziehen das kann man um was ich mache mag noch mehr und zu sammeln er wird ich darf schon mal die ersten fischer wird die wir haben wir an München mehr durch und ich würde sagen wir haben sie an München mehr und wir können hier ficken lassen ich habe die Gäste und nächste kleine Kuh nächste kleine Kuh wo ist die nächste kleine Kuh und mann und eine Kurs nicht rechtlich scheiße und mein Gott dies ungeschlechtlich scheiße nein die wir gerade keinen Essen haben die Welt nicht finden nein die Städte Alta Alta Kuhnall er verfolgen schon wieder es ist ja komm mal wie viel Erfolg ich hab wir haben zwölf Erfolge also wir haben genau den gleichen Stand wie vorhin nur dass sie jetzt die ganze Scheiße besser haben wie viel Zeit noch fünf Minuten was das ich jetzt mach was ist du bereit für Humba ja warte 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 noch nicht oder auch nicht die geben kein Leder im Moment wo ist unsere andere Kuh ich hab grad ich war grad nur noch eine Kuh das ist jetzt scheiße weil ich gerade einen gezählt so die Gäste ist noch eine Kuh um ehrlich zu sein 3 ein großes Verklagen wir haben sich gerade nur versteckt ja die Gäste ich bin jetzt zum Verstecken n n n okay wir haben wieder 8 also nochmal 8 Eisenbekommen hier Frage soll man gehen wir müssen noch mal ein Ziefer sitzen das weißt du warum e zum Sprit ach hier meine ich und trotzdem wegen Bodengleich da soll Steinboden rein das normale Steine Kabel ach ach sorry ich tu da mal oben Samen sammeln und uns wieder ein bisschen Essen machen guck mal das ey es gab noch keinen YouTuber wir spielen ja ich hab mir die ja von The Farllenders runtergeladen wo es jeder YouTuber gemacht hat diesen Fehler haben nur wir kein YouTuber war je soweit in zwei Folgen wie wir hier und die machen die meisten von 15 Minuten lang mein Gott das ist nicht nur so umgeben Alter oder extrem geile Bugs in der Welt ja so ich hab gleich so viel Essen dass du erst mal die nächste Zeit nicht wundern ich weiß noch letztes Mal hatten wir nun konnten wir kaum was machen mussten die ganze Zeit warten auf Knochen mehr Oh shit oh shit Nein was ist ich weiß ich hab aus Versehen unsere Monsterfalle vernichtet so ach okay alles wie das ist safe ach genau ist das jetzt mit dem Items ja das ist das mit dem Items die kommen hier nicht raus und wir können die hier so Schlachtweil machen okay okay aber warum sport jetzt nix keine Ahnung Schusspack ich würde sagen Alter wir sind so Pro Gamer jo ey soll man das mal unter Gommas wie Jürgen schreiben ja lass mal Jo mach ich also wenn ihr dabei seid schreibt es alle bei GOMMA HD und Kontrafter in die Kommentare und wegen kleinen Hühnchen bitte bitte verpisst euch hier mal warum wir haben genug ich hab die Ficken lassen schon ja was wir brauchen dafür doch nur Samen die brauchen dafür doch nur Samen Jürgen 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 Knochen mehr mehr ich nicht Jürgen 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 ist er d titles jürgen besser intendent ..und hat schon die Kühe mehr verfügt lassen ich myself vier Prozent was soll nicht schlimm weiß wie viele Samen nicht gleich ab nein wir könnten gleich eine riesige Farm machen ich hab gleich ein Stack die wir nicht mehr brauchen für unsere Farben so wir haben noch 24 Stück wir haben noch 14 weil um Dinger brauchen die noch Nö also kann ich die Musik die ich gerade höre die passt gerade richtig dazu weil er werde werde der Welt werden oder sein warte ich muss mal ein bisschen lauter vielleicht hast sie ein bloß nicht nicht dass die Copyright ist das ist der immer vielleicht aber ich habe es gab zu leise leider in deutsch ist es so so aus auf Polen ein einmal in die jahre ich habe wer jetzt so bis zu hat zum Ficken so die nächsten Ficken So, wir haben jetzt noch mal ein paar Kinder machen lassen. Cool? Yo. So, aber dann würde ich sagen, wir haben noch 27 Sekunden. Alter, kommst du hoch? Warte, gleich. Ich hab ein, also ich hab 64 und nochmal 18. Sollen wir noch mal ein paar für die Tür behalten? Weil ich geh schmalt in 5 Modus. E-K-Me, I-K-Me, I-K-Me, I-K-Me. Was du kommst? Ja, I-K-Me. Andere Richtung wird zu... Ja, was? Achso, ja, sorry. So, dann würde ich sagen... Screenshot. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Folgen. Minecraft Captive. Und ich hab schon wieder vier gemacht, also Captive. Minecraft meint natürlich. Bis mal, und schau. Ah, st. Ihr könnt mir interessate ihn auf.